Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part Final Fantasy VIII. Wir sind hier von den Zetra-Ruinen und wir gehen gleich mal rein. Highspeed machen wir natürlich aus. Wir sehen schon, dass ein Timer läuft. Den werde ich auch gleich wieder anmachen, tatsächlich. Mein Name sei Odin. Ja, hallo Odin. Oh, das war auch so schwierig irgendwie, ne? Hat er irgendwann noch gesagt? Ne. So bis hierhin dürfte es noch alles ganz easy sein. Machen wir mal hoch. Und hier, glaube ich, gibt es auch das erste Rätsel schon. Ich weiß da jetzt nicht, was ich da machen will. Ich habe auch nicht gespeichert. Ich mache mal einmal schnell an, damit es so ein bisschen Höhe zugiger gibt. Dann werden wir ein bisschen Zeit haben, weil ich nicht weiß, was wir machen müssen. Kommen wir da weiter? Zack, haben wir angemacht. Ich glaube, jetzt ist auch die Treppe. Da ist ein... Nein, 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 nein! Oh! Hier ist, glaube ich, nur der Draw-Punkt, aber den nehme ich jetzt einfach mit. Das ist ja egal. Wir haben ein bisschen mehr Zeit dadurch, dass wir ein bisschen schneller spielen. Nein, 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 nein! Hier ist nichts, okay. Schnell... Oh, das dauert immer so Ewigkeiten, was alle drei... Wenn die mal alle zu dritt da hochspringen, drüber springen würden, das würde doch viel mehr Sinn machen. Nein, 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 nein! So, jetzt können wir nämlich hier weitergehen. Genau, und hier muss ich jetzt nämlich gleich... Ah! Na. Zack. Ach so, genau, da müssen wir ja irgendwie erst mal so ein Auge finden. Aber wie finden wir das denn nochmal raus? Oh Gott. Zack. So, jetzt müssen wir hier hoch. Aber wie finden wir das? Das linke Raum habe ich nicht. Ne, warte, scheiße. Wir müssen ja erst mal das andere... Warte. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt müssen wir erst... Also, wir müssen nochmal kurz zurück. So, wir müssen erst mal das haben. Zack, hoch. Damit wir den Code kriegen, den wir ja eingeben müssen. Nehmen. So, zack. Jetzt wäre ja so... Nein! Oh! Nun. Hallo? Wieder hoch. So, zack. Hallo? Lassen. Warte mal, ich muss mich aufschreiben. 8, 3, 8, 9, 7. Ich glaube, das ist auch ein Code, der wird immer neu generiert. Ähm, nehmen. Nehmen. So, zack. Wieder runter. Oh, schon vier Minuten um, ne? Hallo? Nein. Nein! Geh wieder hoch. So, weil jetzt kann ich das nämlich eingeben. Und zwar... 8... Äh, jetzt ist das die mir dann. 8... 3... 9... 8... Und 7... Das ist mir dann aber schlecht. Ja, nun? Okay, hoch. Oh, jetzt springen sie da alle... Also wie die Mäuse springen sie da runter. Zack. Gehen wir mal rein. Seid willkommen, seid bereit. Euch gebührt keine Gnade. Tod den Schwachen, Glorie den Sieger. Ob meine Klinge als Beute ihr dienet? Diese Klinge sollt ihr brechen. So werdet ihr erhalten, mein Schwert. Nun auf zum Duell. Oh Gott! Oh. Ob es leibt mir den 6-füßigen Pferd? Also, ich will erstmal... Also, er wird mich nicht angreifen. Das Buch haben wir geklaut. Gut, wunderbar. Mal ein bisschen schneller. Hallo? Was? Triple und was? Keine Ahnung. Wir werden ein bisschen Zeit haben. Was? Was? Ein Tod? Oh Gott. Ihr könnt ja ruhig erstmal... Ja, ja. Sollen sie schön vollsaugen. Aber Triple bekomme ich auf jeden Fall. Und Tod auch. Ich kriege noch von anderen. Von daher finde ich das jetzt nicht so ganz tragisch. So, er wird ja nicht angreifen. Ich weiß jetzt aber nicht. Äh, was hat er denn noch so? Doppel? Nö. Ah, das brauche ich alles nicht. Das kann ich nachher noch von Seberus ziehen. Und auf Wiedersehen. Jetzt werden wir erstmal schön angreifen. Natürlich habe ich Highspeed an. Tada! Ich hoffe, das reicht. Wir machen, glaube ich, ganz viel Schaden. Ob das er sich entschließt, mit uns mitzukommen. Geraubt habe ich ja schon. Das heißt, ich brauche nicht mehr mit ihm... Also, ihm wollen nichts beklauen. Wow. Und auch wenn ich jetzt, äh, hier dieses, ähm, rechts eins drücke. Also, damit er seine Gunblade... Oh. Sieh eine an. Meine Odinkarte! Uh! 20 AP. Habel ab, ihr schwächlichen Menschen. Meine Klinge solltet ihr erhalten. Wann immer euch nach Hilfe sehnt, werde ich zur Stelle sein. Gott sei Dank. Dieser Thron gehört mir. So, was ich jetzt machen werde, ist natürlich erstmal auf, ähm... Werde ich jetzt erstmal fix einmal abspeichern gehen. Zack. Und dann, meine Lieben, werden wir was ganz Furchtbares tun müssen. Dann werden wir nämlich sehr, sehr lange hier verweilen. Weil wir nämlich noch eine andere GF hier holen werden. Die wir auch... Doch... Äh... Brauchen. Aber erstmal speichern, das ist wichtig. Der Countdown hat ja glücklicherweise aufgehört. Warte mal, ich will mal einmal kurz gucken. Wie lange braucht der denn zum Übertragen? So, zack. Nochmal einmal. Warte, jetzt will ich mal gucken, ob der schon da ist. Nee. Na gut, ich will nämlich nicht, dass der, ähm, irgendwo was unterscheidet. So. Wir sind jetzt hier, äh, werden natürlich auch, äh, jetzt unsere Kopplung hier wieder umstellen. Gegner, pfff, das interessiert uns jetzt gerade nicht. Wir machen mal Kontern rein. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. So. Ich werde das auch auf Highspeed lassen, weil ansonsten dauert das Ewigkeiten und drei Tage, bis wir hier fertig sind. Ich hoffe jetzt auch. Eigentlich müsste man sowas haben, dass, äh, dann auch noch vermehrt, äh, solche, äh, Kämpfe auftragen. Aufkommen. Wir werden nämlich jetzt schön und artig gegen diese kleinen Viecher hier an, ankämpfen müssen. Oh nein. Ja, ach Gott. Weil wir werden so viele Küchenwasser wahrscheinlich haben. Ja, jetzt mal. Uh, jetzt habe ich Angst. Also es kann mich ja auch töten, tatsächlich, glaube ich. Was hat er eigentlich einstecken? Was würde mich jetzt mal interessieren? Warte mal, warte mal, warte doch mal. Ach, der hat nur Tod. Ach, komm, dann zieht Selfie die ganze Zeit und wir greifen an. So machen wir das. Jeder kommt mal dran mit dem Sohn. Ich hoffe, er ist gleich tot. Oh, es geht immer noch. Es ist nicht so dramatisch, wie in Final Fantasy X oder so. Oh, es geht ja. Weil ich würde dann gerne irgendwem Tod geben als Statusveränderung, dann müsste er nämlich gleich sterben. Hihi, hi, 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 hi. Oh, das ist jetzt nicht so lustig. Warte. Warte. Warte, ein bisschen schneller, bitte. Warte, dann spare ich mir nämlich einmal das, ähm... Er hat ja Konter drin. Das war nochmal ganz gut. Kann auch ganz gut mit dem Diabolus hiergegen kämpfen, aber ich habe ja gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Deswegen auf jeden Fall Highspeed, sonst wäre ich ja wahnsinnig. Und das ist unser erster. Das heißt, ich werde auch natürlich eine Strichliste führen. Es kann auch sein, dass es jetzt hier so ein bisschen, ähm, über zwei, äh... Ihr seht ja, wie lange das dauert. Werde ich jetzt erstmal so ein bisschen... Also es kann sein, dass es sich so über ein paar Parts jetzt hinaus streckt. Du Arsch. Ups. Warte mal. Nein, 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 nein. Stopp. Zack. Da muss ich jetzt dann doch ein bisschen vorsichtig sein. Warte. Stirb. Wow. Das kann ich noch nie schießen. Meine Herren. So, das machen wir mal eben langsam. Na, endlich. Den ersten hätten wir los. Ich weiß auch nicht, wie viele ich jetzt noch vorsichtig muss. Und wir kriegen auch keine XP. Das ist super nett. Ein OP. Uh. So ein bisschen... Irgendwann hat es so ein bisschen... Wow. Kann da eigentlich auch noch was anderes kommen? So als, ähm... Hier muss ich jetzt die ganze Zeit rumlaufen. Dann. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020